Willkommen zurück zum Let's Play Lone Survivor. Nachdem wir das letzte Mal so schön vor diesem wundervoll aussehenden Monster geflüchtet sind, ja, gehen wir erstmal natürlich unserem Protagonisten hier etwas zu essen. Beef Jerky. Ah, nein, du sollst nicht... Steuerung. Steuerung ist immer so eine Sache. Das ist ein Weilchen her, das ich jetzt aufgenommen habe. Also, daher muss ich mich wieder ein bisschen zurechtfinden. Wohin bringt der mich jetzt nochmal? Ah, genau, perfekt. Ja. Ich werde diesmal versuchen, mit Taschenlampe zu rennen. Weil an sich waren ja gar keine Monster zu sehen. Ach, der Sound ist mir gerade ein bisschen zu laut. Zu unheimlich. Und ich weiß immer noch nicht, wo genau ich hinrennen muss, ab einer gewissen Stelle. Da hat er ja Weichen gebraucht, bis er überhaupt gekommen ist. Erst als ich da um die Ecke bin, zum Abkommen, wo es nicht mehr weiterging. Dann ist er ja erst aufgetaucht. Und deswegen nehme ich mal an, dass ich entweder mich dort in den Räumen verstecken muss, was ich eher weniger annehme, sondern den Gang langlaufen muss mit den Monstern. Und dass ich... Ich habe ja noch diese Flair-Dinger. Dass ich dadurch dann vorbeikomme. Griffschutzig kann man auch sein. Gut, ich war einfach in Panik. Und ich habe mir auch einen Namen für das Monster überlegt, das uns verfolgen wird. Ja, ich werde es Cutie nennen. Ich liebe diese Stelle jetzt schon. Vor allem, weil es ist... Anstatt in die Richtung zu rennen, wo das... Die Tür ist und alles... Nein! Es muss einen ganz großen Umweg herumlaufen. Um das ganze Dramatiker zu gestalten. Damn! Also verdammt, was war das? Oh nein! Ah, nein! Ich muss rennen. Ja, rennen. In die feckerte Richtung. Guck mal, man sieht schon viel mehr, ne? Von der Umgebung und... Ist das schön hier. Dampf, komisches Dings. Und Cutie rennt mir natürlich direkt hinterher, dicht auf den Fersen. Und rennt doch mal schneller! Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Oh, da war das X. Äh, äh, nein! War das richtig? Hä? Ich bin grad verwirrt. Ich bin grad voll verwirrt. Ich muss in die Richtung, ne? Doch. Ja, pfff. Der ist einfach mal verschwunden. Nicht aufgetaucht. Ich konnte mir die Muni nehmen. Ja, warum nicht? So muss es laufen, ne? Ach, ach, da ist Cutie ja wieder. Hallo, Cutie. War eigentlich nicht gesehen. Geht's so? Geht's gut? Ja, ist ein bisschen windig hier. Hm. Ich weiß. Versteh das. Vor allem, dass er auch nicht schneller rennen kann, ne? Der läuft so gechillt. Mit dem Grinsen im Gesicht. Jetzt kommen wir gleich an die Stelle, wo der nicht sofort auftaucht. Hier taucht er nämlich nicht sofort auf. Oh, Licht soll ich hier erstmal ausmachen? Oh Gott! Der taucht ja doch direkt auf! Oh, fuck! Wo bin ich denn jetzt? Looper! Oh Gott! Heiliges... Oh Gott! Ah, hier war ich ja auch schon drin. Ah, die Monster sind verschwunden. Kann das sein? Ich glaub ja, die Monster sind wirklich verschwunden. Das ist das letzte Mal aber nicht passiert. Scheiße! Wie renn ich denn jetzt weiter? Ich weiß nicht, wie ich jetzt weiter rennen soll. Oh Gott! Oh Gott! Oh nein! Fuck, 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 fuck! Oh Gott! Das kommt mir aber jetzt nicht weiter hinterher, oder? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich hab Angst, wenn mir das jetzt weiter hinterher rennt. Was mach ich denn dann? Ja, jetzt ist es ja nicht mehr dort. In der Dings da. Von wo komme ich dann? Dort? Ach, keine Ahnung, wo ich dann komme. Und könnte ich doch vielleicht da hin? Und vielleicht bringt mir das ja was. Also, ich habe keine Ahnung, was mir das jetzt so direkt bringt. Cutie ist noch nicht hier. Gut, wo bin ich? Die Richtung. Stimmt die? Ja, die stimmt. Gut. Cutie, bleib ja weg. Will, du verfolgst mich. Ach, was mache ich denn? Aber jetzt ist er hier nicht mehr drin, na? Es ist Zeit zu essen. Ach, Quatsch. Essen wird überbewertet. Oh, auf den Schreck. Erstmal kurz zurück. Ey, lass das, nee. Erstmal, weil ich den Spiegel hier haben will. Oh Gott. Dann kann ich auch gleich mal Radio. Vielleicht hat er was. Er hat nichts, okay. Ich hätte auch eigentlich testen können, nachdem ich geschlafen bin, äh, geschlafen bin, geschlafen bin, klar, geschlafen habe. Nein, hat immer noch nichts. Okay, okay, ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert. So, zurück. Ach so, ja. Pack mal ein paar Batterien rein. Ich kann nicht glauben, dass ich es gemacht habe, zum Schluss. Vielleicht würde es mir gut tun, wenn ich draußen bin. Dann vielleicht würde es mich töten. Aber, ehrlich gesagt, ähm, ist mir das egal. Ich, äh, ich vergammle hier, wie diese Dinger. Gut. Es ist Zeit zu gehen. Ey, gehen wir jetzt nach draußen? Wirklich? Hallo? Hallo? Ey, ich trau dem Ganzen nicht so. Oh Gott. Ich hör schon wieder was. Ach, da sind sie. Okay, okay, okay. Ich hab's, ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert. Okay, da dauert's also eine Weile, bis ich auf die treffe. Oh. Oh. Was? Ich hab ein Dings gekriegt. Hab ich hier auch eine Karte? Nein, da... Ach, was frag ich denn? Ich hab irgendwie einen Feuer-Key-Schlüssel gekriegt. Ich kann dort auch nicht lang. Aber die Treppen kann nicht hoch. Ich wette, die führen in mein Zimmer. Ey, ich bin so gut im Schlussfolgern. Ja, warte mal, du kriegst erst mal was zu essen. Ähm. Essen. Ähm, was kriegst du denn mal? Fruchtsalat und... Cheesecrackers. Instant-Kaffee. Möglich. Komm, du trinkst erst mal was. Ah, unglaublich. Okay, jetzt hab ich einen einfachen Weg hierhin gefunden. Was ist das? Das hört sich auch sehr vertrauenserweckend an. Ich hab ein schlechtes Gefühl, was das angeht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich die erschießen soll. Ach, warum nüscht? Piu, 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 piu. Kleine Viecher. Warum haltet ihr eigentlich so viel aus? Oh, fuck. Oh nein, warum schieße ich denn? Na ja, scheiße, jetzt muss ich's zu Ende bringen. Ah, natürlich. Na klar. Ich wollte eigentlich auch gar nicht schießen. Ehe, hallo? Hör auf. Kann ich auf dich dotzen? Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Und geh ich halt weg. Lü, 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 lü. Halt. Da ist, ist da etwas drin, ne? Oh Gott. Oh Gott, was war... Ach, du Scheiße. Das habt ihr auch gesehen, ne? Das habt ihr gesehen, ne? Hallo? Wollen wir zwei, ne? Geht mal hin. Wie viele seid ihr eigentlich? Ich hab ja eh gespeichert vorher, von daher. Oh Gott, da ist ja noch eins. Warum geht ihr nicht beide vielleicht, dass ich den echt mache? Weg, 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 weg. Die haben... Oh, die haben... Oh Gott. Es ist blockiert. Klar. Nein. Geht weg. Ah, geht weg. Ah, geht weg. Hallo? Das greift mich aber nicht an. Ist aber lieb von dem. Scheiße. Bin jetzt gefangen, ne? Ah, du kannst mich nicht... Du kannst mich nicht angreifen. Hallo? Da liegt verrottendes Fleisch extra für euch? Und dann nimmt die das noch nicht mal. Scheiße. Ne, wisst ihr was? Ich lad meinen letzten Spielstand Nummer 9. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin. Tschüss. Eure Tai. Bye.